Guten Morgen Pamela aus Reinickendorf. Guten Morgen. Pamela, willkommen bei An- und Er-Morgen. Crew Berlin's lustigster Morgen sind wir heute mit einem 0 auf 100 Champions League Spezial. Ja, die Champions League Edition. Wie reagieren Bayern und Dortmund Fans, wenn sie erfahren, nee, Finale gucken ist es nicht am Wochenende, ihre Frau hat sie kurzfristig anderweitig verplant. Ah, furchtbar. Pamela, für welchen Verein schlägt denn das Herz deines Mannes und was hat er für morgen Abend geplant? Er ist ein riesengroßer Bayern-Fan. Ich glaube, keiner ist so ein großer Fan wie er. Okay. Und was hat er vor? Wir gucken morgen mit Freunden zu Hause. Okay. Wenn er statt Champions League was Romantisches mit seiner Frau unternehmen kann, was glaubst du, wird er sagen, ja, super oder nein, auf gar keinen Fall? Nee, er würde nein sagen. Okay, wir probieren es aus. Jürgen Gabel, leg los. Das macht Spaß. Ja, hallo? Hallo Puppe, ist da der Michael? Ja, hier ist der Michael. Ja, hier ist der Bibo vom Tantra-Haus Blumenliebe. Wer ist da? Der Bibo vom Tantra-Haus Blumenliebe. Bibo? Ich hoffe, ich darf du sagen, jetzt wo wir eh bald intim werden. Wir beide. No? Ich kenne dich jetzt so nicht, sag ich mal, dass ich mit dir intim werde. Ich wollte nur ganz kurz bestätigen, ihr habt noch zwei Plätze bekommen, no? Für was habe ich was bekommen? Ja, es geht um den Tantra-Kurs mit deiner Frau am Wochenende. Hä? Dieses Wochenende? Ja, den hatte doch die Pamela gebucht. Hallo, Samstag ist Fußball. Champions League? Ja, aber er hatte doch das Tantrische Erlebnis, no? Mit dem Bibo. Ich krieg die Krise. Ich habe mich extra dafür freigenommen auf Arbeit, dass ich dieses Spiel gucken kann. Und sie weiß ganz genau, dass am Samstag Champions League Fanal ist und Bayern spielt. Also verstehe ich nicht, wie sie sowas buchen kann. Fußball ist ja jedes Wochenende, no? Das ist ein ganz besonderes Spiel. Ja, mit mir ist auch ein ganz besonderer Höhepunkt. Ich krieg jede Krise. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich werde hier verrückt. Hallo? Samstag? Fußball? Was ist so ein Tantra-Wochenende? Ja, gibt's da vielleicht Missverständnis? Hattet ihr nicht den Kurs Einkehr durch Fairkehr? Hattet ihr doch gebucht bei uns? Nee, von so einem Kurs hat meine Frau mir nie was erzählt. Wolltet ihr einen anderen Kurs? Nacktrangeln vielleicht mit der Usch? Oh Mann, ey, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Da muss ich wirklich sagen, dann wird's echt Zeit, dass ihr eure Kommunikation tantrisch verbessert. Da seid ihr genau richtig für uns, no? Ich glaub ich ruf sie mal am besten an und frag ihr was für ein Scheiß soll hier. Du mach dir keine Sorgen. Sex ist gut für die Kommunikation. Bayern spielt gegen Dortmund in der Champions League. Da interessiert mich alles andere nicht. Wir haben uns jetzt eigentlich auf euch eingestellt. Es sind auch alle mit dabei. Der Knollo, die Usch, der Heiner, der Rainer, der Uli, der Wolli, der Knobi, der Kniffel und ich, der Bibo. Wir machen alle mit. Das wird ein ganz tolles Happening, du. Ja, schönes Rucken oder was? Ich merk schon, du hast mich voll verstanden, du. Ja, wird ja noch besser. Ich glaub, die haben gar keine Ahnung vom Fußball, oder? Wann spielen denn zwei deutsche Mannschaften im Finale? Du, es ist alles gebucht und bezahlt. Also da würd ich dich einfach kurz bitten, dass du das nochmal ganz kurz mit deiner Frau besprichst. Ja, das mach ich auf jeden Fall. Ich meld mich dann gleich nochmal bei dir, du, ja? Ja, also. Ja, klingst echt süß, du. Ich freu mich echt, du. Alles klar. Ja, tschüss. Ah. Der ist gar nicht witzig. Aber ich. Das ist super. Oh, Bibo. Und ohne. Okay. Also, kurz vorm Ausrasten. Der Pemmler wird jetzt angerufen, ne? Ja. Der Telefon ist umgeleitet. Geh ran. Hallo. Hallo Schatz. Sag mal. Hier rufe ich irgend so ein Kloppi an. So ein Bibbo, Mibbo oder wie der heißt. Keine Ahnung. Ach so, ja. Das ist der vom Pranta-Kurs. Hast du einen Knall? Na, du hast sie doch extra am Wochenende freigenommen. Ich dachte, ich überreiche dich ein bisschen. Ja, aber doch nicht für so einen Scheiß. Am Samstag spielt Bayern Pemmler. Wir brauchen auch ein bisschen Zeit für uns. Ja, haben wir doch genügend Zeit, wenn die Kiddies bei Oma sind. Können auch zusammen Fußball gucken. Ja. Fußball kannst du doch immer gucken. Hallo, es ist Champions League. Wie Champions League? Bayern spielt gegen Dortmund. Ups. Ja, was ups? Wir haben schon lange nichts mehr für uns gemacht. Dann haben wir mal ein bisschen Zeit für uns. Können wir nach dem Spiel machen. Kein Problem. Unser Liebesleben ist auch nicht mehr das, was es mal war. Findest du? Das sagst du mir jetzt so, oder was? Komm. Ja, was komm? Ich kann dir das aufnehmen, wenn du möchtest. Ja, dann gucke ich mir das in der Wiederholung an, während der halb Deutschland jubelt, oder was? Ist doch eine richtig tolle Idee von dir, muss ich wirklich sagen. Das sind ganz nette Typen und Fußball kannst du immer gucken. Ja, diese Typen interessieren mich überhaupt nicht, wenn sie nicht Gommes, Schweinsteiger oder Gribberi heißen. Mann ey, du hast ganz genau am Samstag ist Champions League und du machst so einen Scheiß mit mir. Nein, du kommst jetzt mit mir mit. Ich danke dir, dass du jetzt Verständnis dafür hast. Ja, voll Verständnis. Kannst du ohne mich machen. Und ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt weitermachen. Tschüss. Ach, köstlich. Könnte ich mir schon lang anhören. So, der Kerbel ist jetzt nochmal dran. Der Bibo. Komm, Bibo. Bibo. Einkehr durch Verkehr. Ja, hallo? Ja, hallo, Pupi. Hier ist nochmal der Bibo. Ich könnte knicken ohne mich, ey. Die hat doch wohl einen Knall, bucht irgend so einen Scheiß ohne mich während der Baller im Spiel, ey. Ich krieg ne Krise, kannst du vergessen. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie negative Schwingungen zwischen uns sind, ne? Weil ich keinen Bock auf so einen Scheiß habe. Mach dir keine Sorgen, die werden wir dann beim Tantra schon schön ausschwingen lassen, du. Ja, super. Tut auch gar nicht weh. Nur ein bisschen. So ein Scheiß, ey. Habt ihr den Fernseher wenigstens, dass ich da Fußball gucken kann? Fernseher haben wir natürlich zur Inspiration dabei in einem Erwachsenenprogramm. Aha. Da springen auch ab und zu mal ein paar Bälle durchs Bild. Aha. Ja, 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 ey. So ein Mist, ich krieg ne Krise. Du, ich mach den Vorschlag, der Bibo ist ja dein Freund. Ich kann dir auch gern das Spiel aufnehmen. Ja. Auf Tonbandkassette, dann kannst du dir das nächste Woche gerne anhören. Auf Tonband auch noch und nicht mal auf Video. Ja, aber ich mein, Tonband ist fast so schön wie Radio hören, du. Kann ich dann das Spiel wenigstens im Radio hören? Geht das denn wenigstens? Du, das tut mir leid, das geht leider nicht. Aber ich mein, du kannst ja dich selbst im Radio hören vielleicht. Was willst du davon? Ich mich selber am Radio hören. Ich mein, da bist du ja auch grade, ne? Ja. Wo? Beim Radio. Willst du dich verarschen? Ja. Das ist ja euer Ernst, oder? Du? Ne. Hier ist 104.6 RTL. Herzlich willkommen bei Von 0 auf 100. Hallo. Hecken wir am Arsch. Wer ist im Ernst? Ja. Wer ist denn da im Hintergrund? Wer lacht denn da so dreckig? Deine Frau, bei der du dich bedanken kannst. Ich bring sie um. Er bringt mich gleich um. Warte, du bist zu Hause, wenn ich jetzt irgendwie nicht komme. Ey, nein, Alter. Ich hab nie gedacht, dass ich irgendwie Opfer von so einem Scheiß werde. Wir sind Arno in die Morgen. Und wir haben noch 100 Euro für euch. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Fußballabend irgendwie vielleicht ein bisschen für Pamela erträglicher macht. Kauft ihr was Schönes oder so. Danke, dass ihr mitgemacht habt. War lustig. Viel Spaß morgen Abend. Tschüss. Tschüss.